Hey Bruder, kommst du? Ich bin's! Tschau hu! Mit der Kung-Fu-Kunst darf man niemanden angreifen. Man darf sich nur verteidigen. Versprich mir daran zu denken und kein schlechter Mensch zu werden. Tust du das? Ja klar! Dragon Tiger Gate Hast du jemals die Kung-Fu-Kunst missbraucht? Nein, bis jetzt noch nie. Mach dich fertig! Geht zu, wenn ihr euch traut. Donnie Yen Ich trage die Verantwortung allein. Nicholas C Meister Wang, ich zeige Ihnen, wie gut ich kämpfen kann. Ein Versuch? Jean Ye Dragon Tiger Gate Kein Mitglied der Drachen-und-Tiger-Schule wäre jemals ein Gegner für mich. Ist das alles? Ich hätte mehr erwartet. Kein Blumen Kein Blumen Kein Blumen Kein Blumen Kein Blumen Kein Blumen Kein Blumen